Hallo meine Lieben, hier ist euer Jens von Radio Regenbogen und ja, ich darf leider nicht mitmachen, aber ihr seid dran und zwar, wenn es darum geht, bei Do It Like James. Ihr könnt James Blunt exklusiv treffen, geht auch ganz einfach. Ihr müsst nur einen Song von James Blunt mitsingen und an uns schicken und der Symbatischste gewinnt dann. Ja, geht auch ganz einfach, ich brauche euch das mal vor, geht gerade so hier. Das war's schon. Schwerer ist es nicht, also haut rein, macht mit. Bis dann.